Zhi Shang Tan Bing – Leere Kriegskunsttheorie auf Papier Es war einmal ein für militärische Theorie begabter junger Mann namens Zhao Kuo aus dem Zhao Reich. Er lernte seit seiner Kindheit die Kriegskunst, hatte fast alle bekannten Fachbücher seiner Zeit gelesen und konnte über die Kriegskunst wie ein Wasserfall reden, sodass sein Vater, ein sehr berühmter General namens Zhao Shi, bei Debatten keine Gegner für ihn darstellte. Für sein hohes Talent war Zhao Kuo landesweit bekannt. Als Zhao Kuo ca. 20 wurde, war ein jahrelang großer Krieg in Changping zwischen dem Qin und Zhao Reich aus, den zwei militärisch stärksten Heichen. Beide Heiche hatten sehr viel in ihre Militärkraft und ihre Getreidereserve investiert. Fast zwei Jahre standen sich die beiden Heiche gegenüber. Wegen der wirtschaftlichen Unterlegenheit konnte das Zhao Reich keinen langfristigen Krieg durchhalten und war mit der konservativen Strategie von Lempö, dem Hauptgenagal der Zhao Armee, unzufrieden. Zhao Kuo sollte daher ersetzt werden. Das Qin Reich versuchte auch, durch Spionagentätigkeit den Plan voranzutreiben. 260 vor Christus wurde Zhao Kuo als der neue Kraftgenagal ins Kriegsfeld geschickt. Währenddessen wurde die Qin Armee im Geheimen von den besten Genagal jener Zeit bei Qi übernommen. Die Kriegslage erreichte Hazand den Höhepunkt. Zhao Kuo, der Kriegskunsttheorie auf dem Papier gut beherrschte, aber kaum militärische Erfahrungen hatte, konnte die List von Bai Qi nicht durchschauen, sodass die Zhao Armee zunächst in eine Belagerung geriet und bat darauf Verloh. Es passiert schließlich eine der grausamsten Szene in der Kriegsgeschichte. Insgesamt 450.000 Soldaten der Zhao Armee wurden umgebracht. Die Hälfte davon waren Soldaten, die zwar kapitulierten, aber trotzdem lebendig begraben wurden. Die meisten erwachsene männliche Bürger des Zhao Reichs starben in diesem Krieg. Dazu gehörte auch der Anfang 20-jährige Zhao Kuo, der bis zum Tod gekämpft hatte, aber als Wies und Zündenbock in der Geschichte anging. Im Chinesischen benutzt man das Ideum Zhishang Tanbing leere Kriegskunsttheorie auf Papier in Kontexten, wenn jemand nur theoretisches Geschweiz hat, aber die Theorie kaum praktizieren kann. Es ist jeder von uns bekannt, dass es nicht so einfach ist und oft von vielen Erfahrungen vorausgesetzt ist, Theorien in der Praxis anzusetzen. Insbesondere in Situationen mit vielen variablen Faktoren und Unbestimmtheiten. Nehmen wir zuerst Fußball als Beispiel. Während der WM- und EM-Zeit können wir in Deutschland viele Kritiken über die angewendeten Strategien von Jogi Löw hören. Viele Fans, die keine Erfahrung für die Leitung einer Mannschaft haben, hätten gerne von leeren Strategien. Denn wie ein Spiel abläuft, ist von vielen unkontrollierten, unbestimmten und wohl unvorhersehbaren Faktoren bedingt. Trotz der Anwendung von Big Data gibt es heute immer noch viele Unbestimmtheiten, die ein Fußballtrainer flexibel und spontan lösen muss. Wir analysieren oft nach dem Spiel die angewendeten Spielkunsttheorien, ignorieren aber die Schwierigkeit von Jogi Löw, der situationsgemeins auf vielfältige Details eines Spiels reagieren muss. Es ist ein kleines Beispiel, das sich aber auf die Probleme von Zhao Kuo vor 2300 Jahren übertragen lässt. Meiner Meinung nach ähnelt Zhao Kuo vielen klugen jungen Absolventen von heute, die gut theoretisches Wissen beherrschten, aber weniger praktische Erfahrungen haben. Sie brauchen Schritt für Schritt eine Erbreitung, sodass Sie mit dem Alter immer besser das Wissen in der Praxis flexibler ansetzen können und neues Wissen praxisbezogen erwerben. Die Tragödie von Zhao Kuo lag vor allem darin, dass er ohne genügend Erbreitung auf einer der wichtigsten Stellen berufen wurde. Für die er noch nicht kompetent genug war. Für den jungen Zhao Kuo, der hauptsächlich aus Büchern den Krieg kennengelernt hatte, bedeutete der Krieg ein theoretisches System auf Papier. Ein Krieg ist dem hingegen aber eigentlich eine variationsreiche, komplizierte und ernste Kampfsituation, die über Tod und Leben von Tausenden oder Millionen Soldaten entscheiden kann. Diese historische Begebenheit mit rundtausend Opfern erinnert uns an die Wichtigkeit des Praxisbezugs. Die Kompetenz, die Praxis zu erkennen, vernünftig zu analysieren und gelassen und flexibel einen Plan durchzuführen, ist für das Wachstum einer Person und einer Gesellschaft sehr entscheidend. Das war's für das Wachstum einer Person.